Herzlich Willkommen zurück zu Cloudpunk. Wir sind auf dem Weg ins nächste Gebiet. Wir müssen Essen abgeben, Lebensmittel abgeben, nachdem wir vorhin die Pizza geliefert haben in der letzten Folge. Müssen wir jetzt natürlich das entsprechend noch weiterbringen und wir gucken natürlich erstmal wieder nach Lochkarten. Ich gucke wirklich nur nach Lochkarten und hier sind wir auch schon komplett durch, haben alles abgegrast. Das heißt, wir können jetzt ins Marrow fahren. Den Falkner würde ich jetzt noch ein bisschen hinauszögern. Den können wir vielleicht dann auf dem Rückweg machen. Also wenn wir danach wieder ins Hauptquartier müssen, weiß man ja immer nicht. Dann würde ich erst zum Falkner fahren. Aber jetzt fahren wir ins Marrow. Ah, der hat aber auch einen Wendekreis. So. Furchtbar. Weckert er bald wieder rum, dass ich wieder reparieren muss. Ich sehe es schon kommen. So, hier können wir natürlich jetzt bestimmt auch erstmal schön wieder Lochkarten sammeln. Tanken können wir auf jeden Fall. Und ja, wir haben hier zwei Orte zum Lochkarten sammeln und das werden wir auch tun. Wir werden jetzt erst tanken. Ach, ich wollte doch eigentlich beim letzten Mal noch das Apartment wieder ein bisschen aufrüsten. Ist auch egal. Ist auch egal. Jetzt würde erstmal sowieso nicht mehr Geld drauf gehen fürs Tanken. Aber muss ja alles gemacht werden. Ja. Bonk, bonk. Bonk. Ähm. Geradeaus. Einfach geradeaus durch. Wir haben jetzt halt so schon 60 gesammelt. Da kann man ja auch mal. Was hatte ich mich nach den ersten 20 aufgeregt? Dass ich nochmal 20 sammeln muss. Ah, jetzt muss ich eine Werkstatt suchen. Ach, war. Hier kommen wir sicher nicht wieder an einer vorbei. Jetzt gibt es erstmal noch Karten. Grimbel, grimbel, grimbel. Yay. War es das hier schon wieder? Ne, hier unten kann man noch hingehen. Da sind auch schon wieder Fahrstühle. Das heißt, da müssen wir bestimmt auch schon wieder hoch und runter gehen. Was soll's, ne? Ohne, da ist auch nochmal jemand, mit dem wir sprechen können. Das ist doch auch immer ganz nett. Was ist das? Selten eine Videospielkassette. Ich glaube, so eine haben wir auch schon mal gefunden. Ne, haben wir noch nicht. Ich glaube, das ist eine Art Videospiel. Es ist aus schwarzem, klobigem Plastik mit einer einfachen Leiterplatte. Das verblasste Etikett hat nur ein paar Zeilen lesbaren Text. Fumbus Quest. So, so. Fumbus Quest. Ah, da ist der Typ. Patchwork, habe ich das richtig gelesen? Patchwork. Hey, bitte, stop. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin sorry, ich kann nicht. Nur ein Moment. Ich weiß, ich bin monströs. Nein, du bist nicht. Ich bin einfach wirklich beschäftigt. Ich mache, ich weiß. Das ist warum ich deine Hilfe. Sie nennen mich Patchwork. Du musst nennen meine Firma, wenn du nennen möchtest. Ich kann nicht auf die Arbeit von Menschen auf der Straße. Ich kann dir, dass du nicht mehr helfen kannst. Ich kann dir, dass du nicht mehr helfen kannst. Die Leute schreien. Sie schreien? Die Kinder sind schreitend. Sie erzählen über mich. Über die Freak. Really? There are plenty of androids back in the Eastern Peninsula that want to wear dermis, but can't keep it in good repair. In Nivalis, such a thing is seen as an abomination. Unclean. Dermis ist sehr expensive. Do you, do you ever consider just living as an android? Never. I don't feel like an android. My body feels wrong. I want to have skin. To breathe, to feel, to sweat. To touch people without them recoiling. I understand. What do you want from me? I can't leave this alleyway. They run from me. Corpsec would fine me for causing a scene. I need dermis. I can only buy from less reputable sources. You want me to buy you black market skin cells? No way. I can pay you well. As a human, it is not even illegal for you. Only androids are forbidden from buying from unofficial vendors. I'm sorry. You need to find someone else. There is no one else. I have been like this for a week. I will not live like this. I cannot. How far do I need to go? Just two blocks over. Here is the money. You can keep half. Fine. What is his name? Greppo. He stands on the corner. A thin mustache. He is hard to miss. And what is your name? I told you. They call me Patchwork. What is your name? Pete. I would like to be called Pete. I'll do what I can, Pete. Okay. Kaufe dermis von Greppo. Machen wir. Müssen ja eh noch in die Richtung. Okay. Ist ja direkt hier. Vielleicht müssen wir auch nochmal. Oh. That's me. Keep moving, sec. What? I'm not corpse sec. Sure you ain't. I don't have anything for you. Dermis. I need it. For a friend. Oh. This skin job found someone to come out and play? How is Patchwork Man? His name is Pete. Pete. Who's he fooling? He's a Patchwork Man. With the wobbly-jelly eyes and the flesh hanging off him like he's skin meat. What the hell is wrong with you? You know what they say about him? The Patchwork Man loves to see the smiles on kids' faces. That's why he wears them over his own. He's a Dermis. Just give me the dermis. Sure, sure. Tell Patchwork I said hi. That freak. Asshole. Wir hätten natürlich auch einfach das Geld behalten können, aber... Na, sowas macht man nicht. Das würde auch gar nichts zu ihr passen. Aber bevor wir jetzt zu Patchwork oder zu Pete wieder zurückgehen, müssen wir noch einmal nach oben. Hier kann man schön... Sieht aus wie Wasser. Ist das Wasser? Sieht fast danach aus, oder? Wundert mich jetzt nur so ein bisschen, aber gut. Dann sind wir ja tatsächlich ziemlich weit in den unteren Ebenen. Sie stört einfach über dem Meer ab, oder? So wie es aussieht. So, haben wir jetzt hier alles eingesammelt. Ja, da hinten könnten wir noch was einsammeln. Wobei, da ist jetzt ein Pfeil nach unten. Vorhin war doch noch ein Pfeil nach oben. Gezeigt, oder gehört der zu... Pete. Er gehört zu Pete, der Pfeil, ja. Genau. Gut, dann bringen wir eben mal das Zeug. Die Hälfte dürfen wir behalten. Dann hat er jetzt auch wieder ein schöneres Leben. Immerhin ein bisschen laut. Wobei das dann ja scheinbar auch nicht nachhaltig hält. Ja, mal gucken. Ich weiß whiche Papa nicht, dass du das Grepo spot hast. Der DuTre hatte den Dermis? Fraktion비 kann Players Philippines sein. Ja, es ist nur ein Pfeil mit Wasserbrichen. Das ist richtig. Die Cells sind positives, aber sieZe durnutzen und wieder sagen. Ich werde fuller Does Littleimalitives für ein paar Monate, für ein paar Monate. Danndownmelt. Dann löf es wieder. Du kannst etwas mehr permanent. Okay, 50 haben wir nochmal dafür bekommen. Ja, dann passt es ja. Wir haben, glaube ich, 650 bekommen. Wir haben 350 bezahlt und nochmal 50 drauf. Das ist ja auch ungefähr das, was wir bezahlen sollten. Und ja, das hier unten ist tatsächlich Wasser. Interessant. Gut, dann zurück zum Hover. Und dann fahren wir natürlich jetzt noch eben zum nächsten. Also ich würde jetzt schon gerne die Karten jetzt hier einigermaßen abgrasen, dass wir das dann wirklich mal hinter uns haben. Wenn man dazwischendurch halt diese Liegenquests noch finden, ist das ja auch umso besser. So, einmal hier auf die ganz andere Seite. Der ist auch wieder jemand, mit dem wir sprechen können. So, nicht die Seite, sondern eher hier lang. Hier. Und dann, wenn man durchfahren will. So, die Nebengeschichten sind ja doch durchaus ganz nett. Und generell macht das Spiel dann schon wieder ein bisschen mehr Bock auf Cyberpunk 2077, muss ich sagen. Fiese Sache das. Fiese Sache das. Aber da hatte ich ja in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Ja, und wir müssen natürlich auch unser Auto hier mal reparieren. Das wäre ganz gut. Puh, da hätte es wieder fast klonk gemacht. Oh, hier sind sogar zwei, mit denen wir sprechen können. Andy! Entschuldigung, ich bin nicht immerhin vermittelt, zu sprechen. Aber ich brauche Hilfe. Ich bin wirklich beschäftigt. Es wird nur einen Moment nehmen. Ich bin wirklich beschäftigt. Ich habe niemanden mehr zu fragen. Niemand mehr, aber die Millionen Menschen, die vorgegangen, als wir sprechen? Ich muss mich auf die Randos auf der Straße reden reden. Du machst mir mehr Kindheit, indem ich mich zu erinnern, als jemand anderes gezeigt. Dammit. Was willst du? Ein Fahrrad. Ich wusste es. Keine Ahnung. Ich werde dir bezahlen. Ich bin kein Taxi. Ich weiß. Cloudpunk, richtig? Ich bin ein Fahrrad. Ich bin ein Fahrrad. Du bist ein Fahrrad. Hier ist es. Okay, es listss your Owner. Weird. Das macht's nicht ein Package, doch. Es macht's mir Property. Ask your Automata. Kamis, kann ich das ID? 1, 14, 4, 25, 4, 15, 12, 12. Property belonging to an Android called Sarinam. Citizenship voluntarily revoked last month. If found, return to owner. I told you. Will you take me back to Sarin? I'll pay you. You can't even get in trouble. It's not far. I guess. Get in then. Ach, jetzt müssen wir wieder fahren. Ja, diese Fahrsachen sind immer ein bisschen gemein, dass man die immer erst machen muss. So, ähm, dein Property? Yes. Und du willst, zurück zu deinem Ownern? Wollen nicht Schläge, um es zu gehen? Ich bin kein Schläge. Being the Property of a rich Android, ist meine Karriere. Just like driving delivery, ist yours. Okay, ich verstehe es. Denn dadurch wird man immer wieder ganz woanders hingeschickt, wo man eigentlich hin will. Das heißt, wir müssen danach wieder dahin zurückkehren, um dann da noch mit dem anderen Typen zu sprechen und zusammen. Ich verstehe es nicht. Ja, eigentlich, ich verstehe es auch nicht. Du brauchst Hilfe, um weg zu gehen? Nein. Ich liebe mein Arbeit. Wie ist es von jemand anderem gearbeitet? Verkauf und Anforderung. Es ist die Wirtschaft. Was verkaufst du? Sex. Oh nein, wie ist das... Warum? Nein, nicht mir sagen. Ich bin interessiert. Sag mir. Verdammt, ich bin interessiert auch. Ich bin nur qualifiziert, um meine Services zu Smoothskins zu verbreiten. Aber ich offere eine Menge von Services. Smoothskins? Das bedeutet Androids mit humanoidermis. Rubber, synthetische Flasche oder Plastik. Du weißt, die Androids, die ein bisschen wie Menschen sehen. Nicht die boxysten. Ich dachte, das wäre nicht wahr. Jetzt werden wir hier wieder durch die komplette Stadt gejagt. Ich muss mich auch langsam mal reparieren. Das Auto qualmt. Undroids look back on the long period when they were used as sex dolls by humans as a shameful period. It was shameful. Yes. But some of the Androids now have an interest in reversing the roles. They want to have sex with humans who behave and respond. Or rather, don't respond. Like sex dolls. Oh no, like for revenge? Not exactly. More like a... How would you say it? A kink. I find this very interesting. Chemist. Is it not interesting? It's weird. Sex is weird. Yes, I agree. Weird and interesting. It just seems so seedy. Sex work is work. I make people happy. I'm good at what I do. But does this android need to own you? Do you need to give up your personhood for them? That's what makes it real for my clients. If I didn't really give up my autonomy, it would just be a game. Maybe it would be okay if it was just a game. People are into role play, right? Aren't you putting yourself in danger by letting someone own you? I am. But I trust my clients. I have a question. About the sex. I can't believe we're talking about this. How do you do sex? Well, they want a sex doll. Or something like a sex doll. So, a lot of the time, I just lie there. Didn't android sex dolls have more functions? Later models did. But the early ones just lay there. Sometimes they made noises. Fascinating. I'm not sure I can go through with this. Please, just leave me at the vinculum ascender. My owner will collect me from the spire. I don't know. Camus, I think maybe we should take Andy somewhere else. What do you think? I am not sure. Where could we take him? Midtown? At least he'd be safe there. Safe? With no money, no job and no owner? Maybe it is better to leave him in Midtown. I don't think people should be able to stop being people and become things instead. Me neither. But it is what I want. Quiet, I need to think. Yeah, if it is what he wants, then he'll do it. He'll do it already. He'll do it without money and all that, without hate him, he'll do it. It's nothing. Then he'll do it right to the next driver. So, no. Bring him there, where he will. Even if it's at all not far away. I wonder if that car is still still there. We're not sure. 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 Yay, there is it. Unfassbar. Na, come. Manchmal weigert er sich so ein bisschen mit Pagen. So, wir haben's geschafft. Wir haben's abgeliefert. Hier waren wir schon mal. Dann fahren wir wieder zurück. Und keine Werkstatt weit und breit. Also zumindest liegt jetzt keine auf dem Weg. Eigentlich würde ich jetzt ja schon ganz gerne wieder dahin fahren, wo wir ja hergekommen sind. Gucken, vielleicht kriegen wir das ja so noch hin, ohne dass das Hover zusammenbricht. Da hat mich sowieso was passiert. Ich meine, das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie man hier sterben kann. So, hier links ist eine Werkstatt. Die suchen wir doch eben auf. Die sind aber auch lahmarschig unterwegs hier zum Teil, die Autos. Das ist unfassbar und fahren auch rücksichtslos ohne Ende. Wo bin ich? Wo bin ich? Das ist immer noch schlimmer. So, einmal reparieren, bitte. Dankeschön. So, dann hätten wir das auch wieder erledigt. Gleich wieder gegen Donnern. Und... Ja gut, dann fahren wir jetzt hier rechts rum. Fangen wir auch zum Ziel. So... So, wir müssen gleich nochmal rechts abbiegen. Das kriegen wir aber hier gut hin. Denn auf der Map haben wir, glaube ich, auch nichts mehr zu sammeln. Ja. Perfekt. So wünscht man sich das doch. Boah, also die Kurven, das ist echt so eine Sache hier. Und hier fast im Stillstand lenken. Boah, dann hat er trotzdem noch so einen riesigen Wendekreis. Hier... Hier waren wir auch durch. Hier kann man wenigstens immer schön ausweichen, auf diesen großen Gewieden. Hier kann man wenigstens immer schön ausweichen, auf diesen großen Gewieden. Wie gesagt, die fahren halt einfach ihre einprogrammierten Wege ab. Ich weiß gar nicht, ob da jemand kommt oder nicht. Es ist nicht weit, hat er gesagt. Es ist nicht weit. Hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder. Tschaka. Hier sind wir wieder. So. Hier war unser Parkplatz. Und wir gucken, ob wir jetzt nochmal Taxi spielen müssen. Bei dem anderen. Tico. 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 Ah, ja. Jetzt müssen wir hier nochmal den ganzen Weg da hinten hinlaufen. Dann haben wir da auch die Lochkarte. So, wenn es denn eine ist. Vielleicht ist es ja auch wieder was anderes. Aber wir sind einfach mal optimistisch. Lochkarte. Nicht ganz die letzte, aber die... 16 letzte. Äh, yay. Und noch ein Buch. Und dann haben wir hier auch, ja gut, fast alles. Das da werde ich jetzt aber natürlich nicht mehr holen. So, hier kommen wir auch gar nicht rüber. Ja, wo war denn das Auto? Ach genau, wir müssen trotzdem hinten rum. Von hinten durch die Poste ins Auge laufen. Warte. Machen wir... Ach, guck mal, hier sind noch... Das heißt, da war auch mal die Stadt. Und dann ist das Wasser einfach gestiegen. Ah, deswegen auch in die Höhe bauen. Dann war das hier gar nicht immer schon die unterste Stufe. Es gab auch noch... Ja, weiter unten welche. Die haben es aber leider nicht geschafft. Und wer weiß, in wie vielen Jahren das hier dann auch unter Wasser steht. Krass. So, als nächstes fahren wir natürlich da oben hin. Genau. Hier müssen wir jetzt, glaube ich... Ja, dann gehen wir rechts rum fahren. Dann können wir hier den Parkplatz benutzen. Guck mal, auch dieses Haus steht schon zum Teil im Wasser. Die Frage, ob das obenrum noch bewohnt ist oder nicht. So, dann können wir hier einmal was sammeln. Ich weiß nicht, ob ich sie ansprechen soll. So ein bisschen... Die Sorge, dass sie auch irgendwo hingebracht werden will. Deswegen sammle ich erstmal hier alles ein. Aber hier haben wir auch schon wieder mehrere, mit denen wir sprechen können. Hm. Da hinten, da müssen wir also nach oben fahren, mit dem Fahrstuhl. Gehen wir jetzt also zum Fahrstuhl rüber. Ach, schon wieder der Ingenieur. Ja. Ja. Ingenieur, kannst du mir immer sagen, dein Name erzählen? Klar, ich nennen mich Painter. Dann hast du geblieben? Du kennst, für ein paar Mal da, ich wirklich dachte, dass ich etwas zu tun habe. Ich folgte einen Weg nach den Vents. Ich wollte nicht alle diese Leute finden. Was war der Weg? Ein weiteres Programm von Kontrollen. Ich finde ein Datenkabel, das aus der Stadt aus der Stadt. Es führt dort. Was war das? Was war das? Nichts. Ich hätte es gedacht, dass ich einen alten Vents. Schrauben auf die Hauptinfrastruktur des Systems. Vielleicht wäre es so einfach wie es aufzunehmen, dann aufzunehmen. Es war nicht so einfach? Nichts ist. Was sollst du jetzt machen? Die Stadt braucht Leute, die versuchen zu machen, besser zu machen. Ich weiß. Und ich könnte zurück nach Arbeit gehen. Ich... 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 Ich kann nicht einen anderen Desaster sehen und fühle das Wach an meinen Schultern. Könnte ich es stoppen? Habe ich es verstanden? Es ist... Es ist zu viel. Ich verstehe. Ich... 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 Tjaja, der Ingenieur. Oder... Oder jetzt ja nicht mehr. Der Ex-Ingenieur. In meinen Erd eingesehen, dass es... Nicht klappt. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Gut. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann auch Schluss für diese Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.